Sprecher des Chaos Computer Club, der über, super, der über WannaCry sprechen möchte, die Ransomware, die ja in letzter Zeit sehr viel in der Presse war und die die Daten auf dem Computer verschlüsselt und entsprechend Bitcoin verlangt, um sie wieder zu entschlüsseln und die auch sonst für eine gefährliche Sicherheitslücke jetzt ziemlich weit gekommen ist. Möchtest du gleich anfangen? Vielen Dank. Gut, wer der Chaos Computer Club ist, brauche ich glaube ich nicht noch erklären. Oder doch? Ich bin ein Ersprecher des Vereins. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Sicherheitslücken dieser Art. WannaCry war, anders als viele vorhergehende Ransomware-Trojaner, deswegen gemerkenswert, weil er auf einer Sicherheitslücke beruhte, beziehungsweise mehreren Sicherheitslücken beruhte, die für die NSA entwickelt wurden und die im Rahmen des sogenannten Shadow Brokers Leaks an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ransomware ist quasi die Revolution in der, ja sagen wir mal, digitalen Kriminalität. Die Kombination aus der Möglichkeit über zum Beispiel Tor oder auch andere Methoden, solche Trojaner aus der Ferne zu steuern und die Festplatte des Opfers zu verschlüsseln und dann für diese Entschlüsselung dieser Festplatte Geld in Form von Bitcoin oder Ethereum oder irgendeiner anderen Währung, die digital übermittelt werden kann, zu verlangen, hat dazu geführt, dass sich dieses gesamte Universum von digitaler Kriminalität verändert hat. Während vorher war es so, dass Trojaner im Wesentlichen, wenn man es mal so in Marketing-Sprech formulieren möchte, ein Business-to-Business-Geschäft war. Also man hat halt viele Computer infiziert und dann hat man dieses sogenannte Botnetz, was also eine Kontrolle über Tausende oder Hunderttausende von Computern war, dazu benutzt, um zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffe zu fahren. Und die wiederum, diese Fähigkeit hat man dann vermietet oder verkauft. Und mit Ransomware hat sich dieses Geschäft gewandelt. Ist plötzlich eher so etwas wie so ein Supermarkt geworden, nämlich man hat eine direkte Zahlungsbeziehung zum Endkunden. Sozusagen ein Business-to-Consumer, ein B2C-Geschäft. Und daraus resultiert eine völlige Veränderung der Gelddimensionen, die damit zusammenhängen. Während es früher so war, so ein Botnetz kann man sich immer noch mieten. Das kostet irgendwie so, wenn es ein wirklich großes Botnetz ist, kostet es ein paar tausend Dollar am Tag. Also nicht wirklich viel Geld. Die großen Ransomware-Kampagnen, die so ein bisschen nachvollzogen werden konnten, hat der Bitcoin-Adressen, die da unterwegs waren, haben teilweise einige Millionen im Monat gemacht. Das heißt, dass damit die Kombination von Sicherheitslücken, die es erlaubt, eine Ransomware-Software auf einen Computer aufzubringen, hat plötzlich ein völlig anderes Monetarisierungspotenzial. Und daraus resultierte dann auch eine völlig andere Arbeitsteilung. Das heißt, wenn man sich diesen kriminellen Untergrund da so ein bisschen anguckt, was die da machen, ist, die arbeiten wirklich wie Businesses, die denken wie Businesses, die reden wie Businesses, weil es ist ein großes Business. WannaCry war nun insofern interessant, als dass ein Großteil der Arbeit, die die sich sonst machen müssen, nämlich halt irgendwie Exploits finden oder so polieren, dass die halt irgendwie benutzbar sind, um zuverlässig auf vielen Systemen zu laufen, das hatte schon die NSA für sie erledigt. Nämlich ein Exploit, der bei der NSA unter dem Namen Eternal Blue lief. Blau, wissen wir, hat immer was mit Windows zu tun, von Blue Screen. Und tatsächlich war es so, dass dieser Exploit dazu diente, Windows-Kisten, die ein bisschen älter waren, aufzumachen. Nachdem die Shadow Broker irgendwann gesagt haben, übrigens, wir haben diese Exploits und wir werden sie halt irgendwann mal releasen oder werden sie verkaufen, hat offensichtlich die NSA dann der Microsoft Bescheid gesagt. Und Microsoft hat dann ein Patch released, allerdings nur für neuere Windows, nicht für alte Windows. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wer von euch Windows benutzt, das Patchverhalten von Windows ist jetzt nicht besonders freundlich. Also es geht halt irgendwann los und lädt sich halt irgendwie gigabyteweise Daten runter, was dazu führt, dass viele Leute es einfach ausgemacht haben. Unter anderem zum Beispiel Leute, die Software schreiben für Bahnhofsanzeigetafeln. Weil da will man nicht, dass da plötzlich so ein Fenster hochpoppt, auf dem steht, ja, du kannst jetzt leider nicht wissen, wann der nächste Zug fährt, weil, hey, ich muss jetzt mal ein Update laden. Ist doof, kann ich verstehen. An vielen anderen Stellen ist es eher nicht so gut verständlich, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, wie es in Großbritannien passiert ist, wo die NHS, also das nationale Gesundheitswesen, halb runtergefahren war. Alle möglichen Unternehmen haben vorsichtshalber schon ihre Netzwerke runtergefahren, weil sie wussten, dass sie da altes Windows drin haben, was ungepatcht ist. Und daraus resultierte natürlich eine Panik, die ein bisschen größer war, als eigentlich dem eigentlichen Schadenspotenzial angemessen war, aber die dazu führte, dass wir die politische Diskussion führen können, die da dran hängt, nämlich dieser Exploit war der NSA offensichtlich seit ungefähr fünf Jahren bekannt. Und es gab danach Presseberichte darüber, wo Leute aus der NSA mit der Washington Post zum Beispiel geredet haben und die haben gesagt, wir wussten schon, dass das Ding eine ziemliche Atombombe ist, weil dieser Exploit ermöglicht es jedem Computer, der SMB, also ein File-Sharing-Service offen hat, über das Internet oder im Internet anzugreifen. Und zwar erfolgreich, stabil und ohne große Probleme. Und das ist halt eine Fähigkeit, die gibt es sonst so ohne weiteres nicht. Also normalerweise sind diese Exploits ein bisschen komplizierter, dass man halt einfach so mit, guten Tag, ich möchte mal jetzt bitte deine Daten haben, an die Daten kommt, ist normalerweise eher selten. Also heutzutage zumindest. Und die haben da trotzdem drauf gesessen. Das heißt, die haben diesen Exploit erst an Microsoft gemeldet, als klar war, dass jemand anders ihn hat. Und die waren sich dessen durchaus bewusst, dass sie da ein Problem haben können, weil natürlich gucken auch andere Leute auf ihre Firewall-Logs und gucken, was da so durchflutscht. Und denen war das Risiko schon bewusst, dass jemand, den sie angreifen mit diesem Angriffswerkzeug, guckt, was eigentlich in seinen Netzen passiert und analysiert, wie denn zum Beispiel ein Angriff passiert ist, diesen Angriff reverse-ingeniert, also nachvollzieht, wie er funktioniert und dann selber anwendet. Und der NSA war auch vollkommen klar, dass wenn das passiert, dann haben sie ein richtiges Problem, weil auch in den amerikanischen Regierungssystemen, in den Geheimdiensten und im Verteidigungsministerium sind Hunderttausende von Computern betroffen gewesen. Und sie haben trotzdem gesagt, ach nö, den behalten wir mal für uns. Eigentlich gibt es, war das mit dem Mikrofon komisch? Alles gut, okay. Eigentlich gibt es in dieser amerikanischen Geheimdienstwelt dafür einen Prozess, das ist der sogenannte Vulnerabilities Equity Process, der sagt, okay, liebe Geheimdienste, wir müssen abwägen, was das Risiko ist, zwischen, dass wir selber mit so einem Exploit angegriffen werden, den ihr gefunden habt, und dass ihr den selber braucht, um andere Leute anzugreifen und deren Rechner aufzumachen. Und da muss man irgendwie drüber diskutieren und da muss man ein bisschen abwägen und dann muss man entscheiden, ob man lieber dem Hersteller Bescheid sagt oder ob man noch weiter drauf sitzt. Offensichtlich ist es aber so, dass dieser Prozess so genau überhaupt nicht funktioniert. Weil jeder auch nur halbwegs klar denkende Mensch hätte bei so einem Exploit wie Eternal Blue gesagt so, ja, schönen Exploit habt ihr da, aber irgendwie eine Million Regierungssysteme angreifbar ist vielleicht doch ein bisschen viel dafür, was ihr damit anfangen könntet. Was also passiert, ist offensichtlich, dass die Geheimdienste diesen Prozess komplett unterlaufen und einfach sagen so, naja Gott, ihr habt ja sowieso keine Ahnung. Für die deutsche Diskussion ist der wichtige Aspekt da bei folgendem. Wir sind ja gerade mitten in der Diskussion über die Quellen-TKÜ. Da liefen letzte Woche die Anhörungen, Linus war da, und was die da versuchen ist, jetzt noch so auf den letzten Metern, ähnlich wie mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, um mit Trojanern eine sogenannte Quellen-TKÜ, also eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung, durchzuführen. Was sie sich da vorstellen ist, ist, dass unter denselben rechtlichen Voraussetzungen, unter denen man bisher eine normale Telefonüberwachung veranlassen kann, was einige 10.000 Mal im Jahr passiert, in der Regel, ich glaube es sind über 80% Drogenfälle, korrigieren wir nicht jemanden, der die Statistik besser im Kopf hat, sind die auf dem Weg zu sagen, okay, unter den selben rechtlichen Voraussetzungen wollen wir Computer trojanisieren können und dann mit dem Trojaner halt nur Kommunikation abhören, deswegen Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Die rechtliche Grundlage dafür ist, dass in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Staatstrojaner es leider so einen Fremdkörper gibt, dass also in diesem Urteil steht drin, wenn dieser Trojaner nur für die Telekommunikationsüberwachung verwendet wird, dann ist das schon okay. So und wenn man sich diesen Artikel, also dieses Urteil so durchliest, sieht man, das muss da später rein editiert worden sein, kurz bevor es beschlossen wurde. Sehr seltsam, aber steht da nun mal drin, heißt halt, dass wir damit leben müssen, dass die Behörden es halt weiter versuchen. Was die aber natürlich dafür brauchen, um diese Trojaner einzuschleusen, sind Exploits. Also Möglichkeiten, Schadsoftware, staatliche Schadsoftware, auf den Computer der Betroffenen zu bringen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn Deutschland damit umgehen? Also bisher ist es so, dass es noch keine riesige Menge an Trojaner-Einsätzen gibt. Die, die bisher eingesetzt wurden, wurden offensichtlich zu dem, nach dem, was wir bisher wissen, in den allermeisten Fällen physisch aufgebracht. Das heißt also, wenn zum Beispiel bei einer Hausdurchsuchung oder bei einer Flughafenkontrolle oder sonst irgendwas, wo dem Betroffenen halt der Computer aus der Hand genommen wurde. Aber natürlich möchten die Strafverfolger und insbesondere auch die Geheimdienste gerne Methoden haben, mit denen sie aus der Ferne, ohne dass sie den Computer in der Hand haben, ohne dass sie davor stehen müssen, diese Schadsoftware einschleusen können. Was sie dafür brauchen, sind Verwundbarkeiten, sind Exploits. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie wird in Deutschland diese Politik dafür definiert? Also wie ist die Definition für unsere Strafverfolgungsbehörden? Unsere Strafverfolgungsbehörden sind im Besitz von Wissen über Verwundbarkeiten, die sie müssen sie kaufen oder selber entwickeln oder wo auch her immer sich beschaffen. Sollten sie dann nicht eigentlich verpflichtet sein, diese Verwundbarkeiten den Herstellern mitzuteilen, um zu verhindern, dass die gegen alle, also gegen die gesamte Öffentlichkeit verwendet wird. Und wir als CCC sind der Meinung, dass der Staat sich in diesem Bereich nicht bewegen sollte, also dass der Staat halt nicht zum Exploit höher werden sollte, dass er nicht auf dem grauen Markt so etwas ankaufen sollte, da seine Verpflichtung tatsächlich die öffentliche digitale Daseinsvorsorge ist, sprich, dass wenn er Erkenntnis von Sicherheitslücken hat, dann sind die unverzüglich zu schließen, damit wir halt alle sicherer leben können. Und nicht dieses, sagen wir mal, relativ kleine, geringe, Entschuldigung, Partikularinteresse, dass die, ich weiß nicht, muss irgendjemand anders sein, dieses geringe Partikularinteresse, dass die, dass die Strafverfolger halt irgendwie in ein paar Fällen halt mal ja irgendwelche Rechner tryonisieren wollen, gegenüber dem, was die Öffentlichkeit an Sicherheitsinteresse hat, also an digitalem Sicherheitsinteresse hat, zurückstehen muss. Heißt, wir müssen eigentlich sagen, okay, Entschuldigung, in der Regel sind solche Sicherheitslücken so gefährlich und mit Ransomware gibt es auch ein Monetarisierungspotenzial für Sicherheitslücken, was einen so großen Hebel aufweist, dass wir nicht davon ausgehen können, und dass eine Sicherheitslücke nicht benutzt wird. Wenn jemand Kenntnis davon hat, wenn die offen bleibt, wenn es die Möglichkeit gibt, die auszunutzen, dann wird sie auch ausgenutzt werden. Ich meine, wenn da ein paar hunderttausend Dollar oder ein paar Millionen Dollar auf der Straße liegen, die man sich nur zusammenstecken muss an Sicherheitslücken mit so einer Ransomware, dann wird das irgendjemand tun. Das heißt also, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass Sicherheitslücken, die für solche Zwecke, nämlich das Aufbringen von Trojanern, geeignet sind, ungenutzt bleiben. Und insofern, um den Bogen wieder zurückzumachen, ist WannaCry ein relativ gutes, illustratives Beispiel dafür, dass sich die Welt geändert hat. Wir sind nicht mehr in einer Situation, wo so eine Sicherheitslücke, wo man sagen kann, na gut, da kann man ein paar Jahre drauf sitzen, weil die findet sowieso niemand anders, sondern erstens, solche Lücken werden auch geleakt, offensichtlich konnte nicht mal die NSA auf ihren Kram aufpassen. Zweitens, solche Lücken werden auch wiederentdeckt, also die Statistiken, es gibt so verschiedene Aussagen dazu, sagen, innerhalb eines Jahres werden so 20% von Sicherheitslücken, die schon einmal gefunden sind, wiederentdeckt, auch wenn sie nicht publiziert werden. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass jemand eine Lücke, auf der so ein Geheimdienst sitzt, einfach nochmal entdeckt, ohne dass irgendjemand die publiziert hat. Daraus leiten wir unsere Forderungen ab, der Staat sollte sich da raushalten, dieses momentan existierende Wettbieten, um die paar Leute, die halt willens sind, für Geheimdienste und Strafverfolger zu arbeiten und in der Lage sind, solche Software zu entwickeln, nimmt langsam sowieso absurde Züge an. Also wir haben jetzt gerade die Situation, dass die Bundesnachrichtendienst, die Bundeswehr, der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt und CITES und vielleicht sogar auch noch das BSI alle um dieselben Leute bieten, um halt irgendwie entweder Angriffswerkzeuge zu entwickeln oder sich dagegen zu schützen. Ist eine etwas ungesunde Situation. Interessanterweise hatten wir genau dasselbe Spiel in den USA schon mal, nur da war es dann sogar noch so, dass die einzelnen Teilstreitkräfte noch irgendwie an ihrer mitzweibern wollten und deswegen halt noch gegenseitig sich die Leute abgeworben haben. In Deutschland haben wir nur so die fünf großen Behörden, die das versuchen. Wir denken, das sollte unterbleiben. Wie auch immer geartete, neue Bundesregierung sollte sich da eine sinnvolle Strategie ausdenken, die nicht dazu führt, dass der Staat zum Explorthöker wird. Ja, mal gucken, was wir da im politischen Prozess tun können. Vielen Dank. Danke. Wenn ihr wollt, habt ihr jetzt auch noch kurz die Gelegenheit, eine oder zwei Fragen an Frank Rieger zu stellen zum Thema Wanna Cry. Gibt es jemanden? Ben. Es gab ja jetzt irgendwie ein paar Leaks, also Shadow Brokers, dann irgendwie diese CIA-Internen, Wikis, World 7 und so weiter, die geleakt wurden. Ich gehe ja davon aus, dass die Dienste einfach so die Dinge machen und das dann halt irgendwie durch Zufall rauskommt. Und ich gehe halt auch davon aus, dass die nächste Bundesregierung definitiv CDU-beteiligt sein wird. Was kann man da machen? Also ich sehe nicht, dass irgendwie so Dienste werden, Dienste Dinge tun, so wie die Bild-Zeitung halt irgendwie Bild-Zeitungszeug schreibt. Die werden ja ihre Trasse nicht daran verlieren. Das ist halt das Problem, wenn sie irgendwie keine fähigen Leute finden, so was ja jetzt aktuell, glaube ich, das Problem ist, dass sie halt irgendwie keine Leute finden, die für das Geld, was sie anbieten, arbeiten wollen. Das ist, glaube ich, so momentan, meiner Meinung nach, die einzige Hemmschwelle ist dafür oder dagegen. Ist aber ein einigermaßen großer Hebel. Also ich meine, deinen Freunden, von denen du glaubst, dass sie in der Lage sind, für solche Behörden sinnvolle Tätigkeiten durchzuführen, die nach denen die suchen, denen zu erklären, pass auf, wenn du für die arbeitest, dann trennen sich unsere Wege, ist tatsächlich eine relativ effiziente Methode, um zu verhindern, dass die in der Lage sind, im größeren Umfang solchen Schnittloader zu treiben. Ganz einfach. Genau dasselbe gilt halt irgendwie für Unternehmen, die halt irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, also gerade so Sicherheitsboutiquen, wenn man einfach sagt, so okay, wir machen halt kein Offensive-Kram, wir entwickeln keine Angriffswerkzeuge, sondern wir konzentrieren uns halt auf Abwehr, auf Defense, dann trocknet man damit halt den möglichen Talentpool für solche Behörden wie BND oder Verfassungsschutz halt dramatisch aus und sorgt dafür, dass die halt irgendwie im besten Fall mit mittelmäßigen Kram unterwegs sein können. Das ist eigentlich eine valide Strategie. Da ist noch eine Frage, einen Moment bitte. Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Größenordnung abzuschätzen, die investiert wird in den Kauf von, durch die Behörden, als zum Beispiel durch öffentliche Etats oder ähnliches? In Deutschland bisher nicht wirklich. Also wir wissen halt nur von einigen wenigen Ankäufen aus dem BKA-Budget. Beim Bundesnachrichtendienst gab es dazu nicht wirklich verwertbare Zahlen. Noch andere, korrigiere mich bitte. Moment, man hört es im Stream nicht, wenn du nicht ins Mikro sprichst. Ohne Mikro hört man dich nicht, warte. Ja, aber dann bin ich ja im Stream. Ich müsste jetzt meinen eigenen Artikel von vor einer Weile nachlesen. Ich glaube, BND hat mehrere Dutzend Millionen Euro, ich glaube, um die 50 Millionen oder so, um Instant Messenger zu knacken und in Exploits zu investieren. BKA habe ich gerade nicht parat, aber die CITES-Zahlen sind auch öffentlich, die bewegen sich auch so in mehrere Dutzend Millionen Euro. Aber wie relevant ist jetzt, ob das jetzt 12 oder 50 Millionen Euro sind, und das sind auf alle Fälle zu viele. Ja, vielen Dank. Gut. Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020